Willkommen zu Let's Play The Walking Dead Episode Nummer 1, heute auf Steam erschienen und wir legen heute auch gleich mal gemeinsam damit los. Ghostbuster habe ich eben gerade fertig hochgeladen, da wird es jeden Tag also 1 bis 2 Folgen geben. Ich glaube es sind noch 6 Stück oder so, dann sind wir damit fertig und The Walking Dead ist sozusagen das Nachfolgeprojekt. Ich dachte ein bisschen Horror würde uns gut tun. Wir fangen heute an mit Episode Nummer 1 und insgesamt gibt es 5 Stück, also die anderen, die werden nach und nach noch kommen, wenn sie dann eben veröffentlicht werden. Na gut, dann legen wir gleich mal los. Also, bis gleich! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Well, I reckon you didn't do it, Dan Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison Lord knows how many Usually it's about now I get to, I didn't do it Every time? Every time I followed your case a little bit, you being a making boy and all You're for making, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s I always wanted to work a murder case Like that senatorial mess you got yourself mixed up in With all due respect A real shame, that is Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown Still there? Sure is Good I got nephew up at UGA You teach there long? Count on the sixth year You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Sure Regardless Could be you just married the wrong woman Brian in progress All officers are available for incoming 217 Rolling calls and dispatches to all locations I'm driving this man once He was the worst one He wouldn't stop going on about how he didn't do it He was an older fella Big soft eyes behind a pair of smart folk glasses And he just wailing back there Says it wasn't him Crying and snotting all over Right where you're sitting All officers are available for incoming 217 And before long he starts kicking the back of the seat Like a fussy baby on an airplane And I tell him he's gotta stop But that's government property And I'll be forced to zap him otherwise So he stops And having exhausted all his options He starts crying out for his mama Mama! It's all a big mistake! It wasn't me! Man! 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 Not even close! They caught the fucker red-handed Stabbing his wife Cutting her up As the boys came through the door He sits in my car Screaming bloody murder That it wasn't him I think he actually believed it himself It goes to show People will up and go mad When they believe their life is over I got another good one for you This one's a little bit less depressing And a bit more hilarious if I do say so Fucking drive! This other time Was used to say of the left He was a fool To my son Ah! Arrgh! Oh, shit! Oh Gott, frag mich erst mal. Ich war die ganze Zeit im Kofferraum. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Hier drüben, eine Shotgun. Oh Gott, an die kommen wir wohl noch nicht dran. Officer? Na gut, kein gutes Zeichen. Wir müssen erst mal schauen, wie wir hier rauskommen. Aha. Na komm. Und nochmal. Okay, Junge. Keine Sorge. Wir kriegen dich hier raus. Langsam. Langsam. Okay. Oh Mann. Das sieht gar nicht gut aus. Keine Zombies in der Nähe. Na gut. Na komm. Erst mal hier drüben zu der Waffe hin. Dann sieht die Lage doch viel besser aus. Ja. Na komm. Ein kleines Stück. Sehr gut. Natürlich. Leer. Aber was haben wir hier? Eine Patrona? Na komm. Guter Junge. Okay, vielleicht können wir ja jetzt hier die Waffe nehmen. Na gut, ich denke mal, wir müssen erst mal unsere Handschellen loswerden. Ohne Waffe da drüben hin. Ah, das gefällt mir gar nicht. Na gut, langsam. Officer? Tja, du sagst es. Okay, Junge. Nimm dir die Schlüssel. Bleib ruhig. Einmal hier. Na Gottverdammt. Du Idiot. Oh nein, direkt vor seinem Mund. Okay. Okay. Sehr gut. Einmal hier. Und einmal hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ruhig bleiben. Geh zurück. Nimm dir die Waffe. Nimm dir die Waffe. Gut, ich hab sie. Na los, nachladen. Oh Gott. Junge. Du bist so ein Tollpatsch. Okay. Keine Sorge, wir müssen... Okay, wir wissen schon mal, dass unser Mann kein Mörder ist. Ja, ich denke mal, der hier ist hinüber. Ja, er ist tot. Oh, wen haben wir hier oben? Hilfe! Geh jemanden! Da ist ein Schuss! Oh nein, ich hab kein gutes Gefühl. Geh jemanden! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh oh Ja, und da wären wir also, mitten in der Zombie-Apokalypse. Vielen Dank.